So, hallo, wir machen weiter bei dem Hack mit dem viel zu langen Namen, Combo-Killer, irgendwas. Das letzte Mal haben wir hier den ganzen Abschnitt gemacht, dieses Schloss, die Level da unten, den roten Switch, also einiges. Und jetzt geht's hier weiter mit Feng Shui Engine. Oh, wir sind Yoshi. Aber auch Yoshi kann hier drauf nicht laufen. Er hat jetzt halt ein paar Zusatzfähigkeiten. Zum Beispiel kann er diese Dinger hier essen. Und damit Platz machen. Oh Gott. Warum ich auch immer darüber, da drüben rein sollte. Oh, Alter! Chill mal, Junge. Das ist kein Chillen. What the f... Alter! Tja, das ist, das ist nicht chillen, Junge. Das ist auch nicht chillen. What the f... Gott sei Dank. Das Level fängt gerade erst an. Das wird ja interessant. Äh... Okay. Ja, natürlich. Tschüss. Holy shit, da war auch nicht... Ich kann jetzt da rüber... Ich kann jetzt da rüber... So. Ja, gut. Das ist super weird von der Hitbox her. Ich check nämlich überhaupt nicht, wo ich mich treffen lassen kann und wo nicht. Hier. Hier. Also, es ist ja praktisch... Mario sitzt im Prinzip hinten drauf, darum muss ich denken. Also, ich habe jetzt kein L als Hitbox und ich habe schon ein Viereck. So, was wollen wir damit tun? Wahrscheinlich was abschießen, aber was? Ach so. Na, das wird noch lustig. Oh, die sollte ich erst nicht wegessen, sonst komme ich da nicht hoch. Oh, ich kann an denen nicht spincham... äh, nicht nicht wallchampen. Dann will ich das vielleicht... ...genauso nicht machen. Kann ich dann vielleicht erst mal den oberen essen? Boah, den oberen. Danke. Den oberen. Ja, so ist auch okay. Puh. Ah ja, Spincham geht übrigens nicht, falls es jemanden interessiert. Da passiert gar nichts. Oh, wait. Ah, okay, ich dachte gerade schon. Dass die abhauen, aber dafür sind genau die Blöcke da, dass sie das eben nicht tun. Schön, dass es zwei sind und nicht nur einer. Das ist zumindest ein bisschen einfacher zu treffen. Okay. Den soll ich wohl von der anderen Seite holen. Oh, fuck my life. Da, du schweigst ja wieder ab. Yoshi plus. So geht's auch. Tust du, was ich denke? Ich kann ihn nicht essen. Stirb bitte einfach. Lösch dich. Er will sich nicht löschen. Lösch dich so. Okay. Ah, dafür brauche ich die Shell auch, ja. Ich hoffe, ich brauche sie nicht mehr, weil jetzt ist sie kaputt. What the fuck? Okay. Oh. Wer hätte das vorher essen sollen? Na, wer hätte das vorher essen sollen? Derjenige, der nicht nachgedacht hat. Ich will das doch nur essen. Danke. Ist immer noch süß, wie das Dreieck einfach weg die ganze Zeit. Ups. So. Yay, mit Ray-Point. Oh Gott, was? Was? Wat? Achso, oh was? Okay. Okay. Oh nein. Okay. Schon wieder solche blöden Plattform-Sprünge. Die hat wir schon rausgefunden haben, der Heck besonders lieb hat. Okay, jetzt wird lustig wieder rumgefahren, ja. Ich gucke erst mal kurz hier oben. Ne, da kann ich nicht. Okay. Ich gucke erst mal kurz. Okay. 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 Gelb und rot. Ich würde fast sagen, hier ist die richtige Reihenfolge jetzt entscheidend. Hier komme ich auf jeden Fall nicht drüber. Wenn ich jetzt die rote nehme, dann kommt ja nur noch Feuer raus. Also das wäre Schwachsinn. Also muss ich ja wohl die gelbe nehmen. Aber dann müsste ich ja die gelbe so abschiehen. Was? Oh Gott. Ernsthaft? Das wird lustig. Ja. Tun sie dahin, wo sie herkommt. Brrrrrr. Yes! Äh, wie kriege ich den weg? Wait, what? Ach so, da kommt jetzt ein Ding angefahren dann. Okay. Oh, ich hätte die rote auch noch. Moment, aber dann muss ich doch... Den muss ich abschießen mit der roten. Wie soll ich denn gleichzeitig da die gelbe und dann die roh... Was? Oh! Das ist ja ein kleines Buskel. Und sogar ein ziemlich cooles kleines Puzzle. Voll gut. Das wusste ich auch wieder nicht mehr. Aber so ist das natürlich richtig. Nein, das machen wir noch nicht. Erst rum als die Yoshi-Coin. Wieso springe ich? Ich weiß es nicht. Hui! Okay, und jetzt wird's... Oh Gott, oh Gott. Ich will gar nicht wissen. Was? Lösch dich. Ist der One-Hit? Ah, ich kann ihn berühren sogar. Also im Zweifelsfall kann ich ihn kurz berühren. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann ich ihn auch angreifen? Oh, ist schon weg. Ja gut, wenn er weg ist, dann ist ja auch okay. Ach so, ja, das war ja nicht so schwer. Dat war ja ein cooles Ende. Also, ja, ich spüge jetzt selbst jetzt. Ich brauche mich nicht beschweren, war schwer. Und einfach ist, aber, ne? Dead End Irony. Secret Exit. Na dann. Kann ich bitte direkt da hochkommen? Haben wir irgendwo den Gegner? Ja, komm mal her, komm mal her. Hilfst du mir da hoch? Eigentlich nicht, ne? Scheiße. Tschüss. Fuck, und da geht's dann schon weiter. Also muss ich diesen blöden Sprung schon wieder machen. Ich hasse diesen blöden Sprung. Ja. 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 Yes, 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 yes. Komm, dafür mache ich so kein extra save. So. Oh, Mann. Rip, 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 rip. So, hier wieder diese lustigen Plattformen. Alter. Ja. Ja. Äh, 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 what? Rüber. Gut. Ja, das war richtig. Ähm. Äh. Ah. Alter. Das war knapp. Ja, cool. Da fällt einfach mal die ganze Scheiße hier runter. Aber ich muss die bestimmt auslösen. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich muss die bestimmt auslösen. Geh weg mit deinen blöden... Aua. Huch. Huch! Was? Ach du Sche... Wow, jetzt könnte ich schon wieder... Jetzt könnte man mir schon wieder vorwerfen, dass ich das wusste. Ich wusste es wirklich nicht. Auch wenn ich den Hack gesehen habe, aber... Ihr wisst, dass ich mir nichts merken kann. Also, ihr wisst, dass ich mir nichts merken kann. Das, äh... Das, das habe ich mir nicht gemerkt. Das ist ja ein toller Secret-Exit. Wow! Ich weiß nicht, wie man den finden soll, außer dass man so einen blöden Scheiß macht, wie ich durch Zufall. Holy shit! Jetzt kann ich die Yoshi-Coin nochmal holen. Äh. Ja, da will ich jetzt unbedingt rein. Ja, da will ich jetzt unbedingt rein. Oh, wartet mal! Nein, jetzt wird die Yoshi-Coin einfacher. Denn jetzt springt er hier hoch. Hihi, perfekt! Perfekt, jetzt wird die Yoshi-Coin einfacher. Das ist ja hervorragend. Yes! Da muss ich mich mit dem Scheiß nicht mehr rumschlagen. Hat doch auch seine Vorteile. Ah, fast. Können wir das so wie vorhin machen? Da musste ich auch mich kaum mit dem Rad auseinandersetzen. Das war eigentlich ganz cool. Aber jetzt... Ich glaube, diesmal setzen wir uns mit dem Rad ein bisschen... Mit dem Rad ein bisschen auseinander, wollte ich sagen. Und dann... ...sind Dinge passiert, die nicht so cool waren. Ja, cool! Tschüss! Wow! Ah, ich wüsste... ...mich die ganze Zeit verkacke hier. Unfassbar. Ja, das geht eigentlich nämlich. Eigentlich geht das sogar ganz gut. Aber so wie vorhin kriege ich das irgendwie nicht mehr hin jetzt. Scheiße. Na gut, dann machen wir es halt so. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das muss irgendwie so ein Zufallssprung gewesen sein. Der war super gut. Und jetzt kommt er einfach nicht mehr. Weil er sich so denkt... Nope! Warum sollte ich funktionieren? Ich würde ja den normalen Sprung gerade machen. Danke! Ach, die muss ich auch wiederholen. Ja, never mind. Gut. So. Ähm. Okay. Der berührt mich da halt nicht mal. Ach so. Aber wie soll man denn da hinten... Wie soll man denn da... Was? Ich weiß nicht, wie man da drauf kommen soll normalerweise. Hä? Woran hänge ich denn da? Ach, die Bäume da haben Durchgänge. Alles klar. Aber jetzt plötzlich nicht mehr. Ja, ist okay. Sei halt einmal fest und einmal nicht. Ähm. Ja, gut. Wupp, 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 wupp. Erst toll. Die hab ich nicht gesehen. Scheiße. Nee. Und dann. Nö! Okay. Mit 3.2 Warum soll ich jetzt nicht aufhört eine Stelle ausgelöst? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das wird mir nicht noch zum Verhängnis werden, früher oder später. Ich will unten rum, ja, aber auch nur kurz. Grundsätzlich will ich dann doch oben rum. Aber wahrscheinlich berührt mich das Feuer eh wieder nicht am Rand. Jallel. Achso. Achso. Doch, diesmal anscheinend schon. Okay, wo will ich, wann will ich und wie will ich? Achso, ich weiß, wie ich will. Aber jetzt gerade ist schlecht. Ja, jetzt ist besser. Deutlich besser. Joom, äh, ja. Wopala! Nicht in die Richtung. Aber das ist jetzt auch ein sehr netter Sprung. Okay, wir machen den Koopasprung. Das ist super knapp, ne? Ja, fast. Oder muss ich erst hier rüber? Jetzt ist der Baum wieder... Weißt du, mal sind die Bäume durchlässig und mal nicht. Das ist auch so ein bisschen... Weiß ich nicht. So ein bisschen kann sich der Heck nicht entscheiden, was er will. Also das Level ist ein bisschen komisch. Sowohl das Secret Exit als auch die Sache mit den Bäumen ist ein bisschen fishy. Finde ich. Ach, komm schon. Was den Heck jetzt nicht komplett schlecht macht. Bitte nicht falsch verstehen. Aber dieses Level an sich ist ein bisschen... fragwürdig, würde ich sagen. Wahrscheinlich sieht das jetzt wieder jeder anders. Dürft ihr ja auch tun. Dürft ihr ja auch tun. So, 2 über 14. Sollte danach echt aufhören. Vor allem, ich habe ja vorher noch Witness aufgenommen. 3 Stunden. Habe ich schon erzählt, ne? Ich glaube, ich glaube, ich habe es erzählt. Ich bin mir gerade nicht... Oh mein Gott! 100% Du bist gerade echt ungünstig, mein Freund. Fucking Tennisball. Ja, was? Ah, ich dachte schon. Wait, what? Oh nein! Hätte ich dafür ihn gebraucht... Nein! Kann ich einfach das hier machen? Geht das hier? Guck mal, das ist die nächste super fragwürdige Entscheidung. Die ganze Zeit hat mir die nie dafür gebraucht, dass die die Blöcke kaputt machen. Jetzt habe ich den gekillt und habe es mir damit komplett verhauen. Jetzt werde ich wüsste, ob der Trick hier funktioniert. Oder ob das zum Beispiel aufgrund des Wallchamp-Teils nicht geht oder so. Ja, super geil. Also darf ich den nicht kaputt machen. Super toll. Das weiß man vorher dann aber auch wieder nicht, ne? Das ist halt echt blöd. Aber jetzt hat er es nicht gecheckt. Das heißt, er hat es nicht gecheckt. Er wurde halt wieder neu reingeladen. Ja, hau halt in die falsche Richtung ab, du Pflaume. Danke. Äh, das war ein dumm. Das Level war insgesamt einfach komisch. Alle anderen Level hatten bisher so dieses ja, hier und das und jenes, aber das hier war, äh, ich weiß nicht, so undurchdacht. Das hatte Stellen, die man einfach nicht vorhersehen konnte, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Äh, ach, ich schwimme. Okay, wenn ich die Blöcke nehme, werde ich schneller, ne? Das wäre vielleicht mein grundsätzlich so ein Zielgedanke. Denn der holt mich hier früh oder später. Achso, ich kann ihn ja so ein bisschen verarschen. Kann ich ihn vielleicht sogar off-screenen? Ups. Go! Wow, wow, alter. High Speed jetzt. High Speed, Mario! Naja. Nicht so ganz. High Speed! Nur das rauf und runter ist dann natürlich noch ein bisschen, dauert noch natürlich noch ein bisschen länger. Müsste ich also schon hier durchgehen. Weil dann verpasse ich bestimmt die Tausend Next, die alle, alle, alle Tausend Nexten Yoshi-Coins. Ja, ich weiß nicht. So geil sind die Blöcke vielleicht gar nicht. Da halten wir deine Scheiße, da. Ich verarsch dich lieber eine Runde. Und komm dann so voran. Das geht nämlich, glaube ich, echt besser. Ich schätze, wenn ich den Münzen hinterhergehe, dann komme ich auch zu den Yoshi-Coins. Ich will die blauen Blöcke gar nicht. Ich glaube, ich verarsche ihn lieber ein bisschen mit seiner Physik. Oh, fuck my life! Krieg ich nicht mehr. Das macht auch viel mehr Spaß, so rum zu schwimmen. Muss ich ja gerade ganz ehrlich sagen. Hier hoch ist übrigens schlecht. Kann mir jemand erklären, woran ich hier gerade sterbe? denn ich weiß es nicht. was ist denn da? Hä? Der unsichtbare Tod. Ja, meinetwegen. Was gibt's hier? Einen Stern? Ich... Ich wusste es wirklich nicht! Ich hab's mir halt gedacht. Und wenn der Tod ist, dann geht das Ding hier auf. Ja? Okay, cool. Aber eine Yoshi-Coin fehlt. Ja, never mind. Ey, ich... Das ist so... Das ist so dumm, weil man halt falsch rum rausspringt und dann direkt die Richtung wechselt, ne? Alter! Alter! Danke. Moment! Ich muss den kaputt... Nee! Er gibt Sinn. Der muss erst kaputt gehen. Danke. Lell. Eieieieiei. So, wo kommen wir denn hier hin? Das geht alles nicht. Das geht. Ah, okay. Zwei Level hier gehen. Der Mond und der grüne Switch. Das heißt, nächstes Mal machen wir den grünen Switch und den Mond und mal gucken, was noch alles zustande kommt. Danke fürs Zuschauen! Und tschüss! Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank.